Neue Runde. Trouble in Terrorist Town. Diesmal auf der Map. Wie heisst die Map? Terrorception. Go, 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 girl! Uh-oh. Die 60 Sekunden Preparings sind echt für den Arsch. Ja, ich habe ein Brecheisen. Ich habe ein Brecheisen. Ein Eisenbricht. Komm her, komm her, ich gebe es dir. Oioioioioi. Ich gebe es dem Eisen. Ich bin ich gerade so gefährlich. Das war ich. Ich habe auf eine Tüche geschossen. Was sagen sie alle? Oder auch eine andere Rache aus dem Gesicht. Was war das denn wieder? Was war das denn wieder? Warte, ich identifiziere es. Oh, noch einer. Noch einer. Irgendjemand ballert da gerade. Einer? Ja, 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 ja. Ja, sowieso. Untersuchen, wenn jemand die getötet hat. Was muss ich? Leiche untersuchen, mit E. Was sehe ich jetzt hier? Innocent, mit welcher Waffe. Mit welcher Waffe gekillt wurde. Und weil ich gewusst habe, dass er unschuldig ist? Ja, mach's klar. Die sind die Tatsache, dass hier überall Leichen drum liegen. Ja, irgendwie hat alles auf alles geschossen. Interessanterweise. Naja, wenn jemand auf mich schießt... Ich habe angefangen damit. Ja, genau. Zurückhalten ist eine gute Taktik hier. Innocent. Der läuft schon wieder so verdächtig rum. Er kriegt gleich wieder einen. Das mache ich immer. Und wer meinst du mit er? Er. Stute. Sehr präzise. Ah, Stute. Mr. Stute. Du bist auch verdächtig. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Komm mir einfach nicht so nah. Ah, verdammt. Geh weg. Mach es weg. Mach es weg. Da liegt eine Leiche. Wo? Okay. Da. Identifiziere sie. Identifiere sie. Oh, scheisse. Wer hat sie... Mit welcher Waffe wurde sie erschossen? Ja, er. Glaube er lebt. Aua! Okay. Ist das ein Terrorist? Ja. Er hat eine Melon Launcher. Ne, den muss ich nicht untersuchen. Ich wusste das. Okay. Ja, ist ein Terrorist. Ich habe es nochmal schon firmt. So, dann wer ist der zweite? Die Stute, oder? Prey, ja. Ich bin immer noch für... Also, ich bin innocent. Das heisst, der, der noch innocent ist, weiß es. Ja, ich bin innocent. Ja. Okay. Wir sind alle innocent. Okay. Dann ist kein Thema hier. Okay, dann... War meine Intention schon richtig? Wo ist denn jetzt die Stute? Na, wo ist er? Hä? Na, ich bin's. Hä? Wo campt er? Wo ist der scheiß Camper? Der campt immer. Cambo! Oh, 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 oh. Komm von CSGO! Wo! War das deine? Nee. Oh, nee, 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 nee. Wo, wo, wo? Da hat's diese... Elektronisch geladenen... Okay. Ja. Genau die! Nein, nein, nein! Die, äh, tollen Superteile. Ja. Tür geht zu! Tür geht zu! Ja! Okay, nice. Oh man! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist das? Komm raus! Du kannst dich nicht verstecken! Ja gut, er verliert ja... Oh, nee, oder? Er verliert ja die Runde. Ja. Ja, er verliert die Runde. Es gibt noch Wasted Time. Also wenn du zwei töten musst und du kämpfst, wird das nix... Aus! Ah! Showly Shit! Oh, jawohl, nice! In mir mal Showly Shit! Er ist nicht gestorben. Du wirst mir keine Schade geben. Oh, das ist genau ins Gesicht! Genau ins Gesicht! Showly Shit! Nein! Das wird dann viel langweilig. Das ist jetzt dieses Showly Shit! Was ist denn das hier? Innocent! Innocent! Hier steht ganz fett an der Wand, Arrow! Traitor! Ah! Dann ist er ein Traitor! Wo ist er? Wo ist er? Wer ist ein Traitor? Also ein Traitor haben wir mal gefunden! Wo? Ja, wieder! Wo ist so ein Fick Traitor? Klazt da! Weil, äh, wenn du euch wo Error steht! Wo ist er? Wenn uns Error steht, kannst du das nur als, ähm, Traitor aktivieren, soweit ich weiss! Ne, sicher nicht! Das müsste doch sowas sein! Ja, ja, ja! Was kann man nur als Traitor aktivieren? So bestimmte, ähm, Sachen! Klazt! Was? Ich komme nicht aus dem Zielvisier! Rechtsklick! Wow! Ne! Dero ist es! Dero, Dero, Dero! Hundertprozentig! Hundertprozentig! Der hat gerade so'n... ...ding von Half-Life mit dem Haar geworfen! Hehehe! Wo ist der zweite? Ne, wieso bin ich jetzt tot? Wow! War das? Hat einfach auf mich geschossen! Und das ist nicht illusent. Einer gesagt, er schiesst auf mich. In your face! In your face! In your face! In your face! Nein. Also mich nicht. In der Welt habe ich dich getroffen? Ja. Ah, immerhin. Okay. Also irgendjemand hat mich gesniped. Ich war das. Achso, dann warst du kein Cheerpop. Dann warst du mal der Unschuldige. Du warst so auffällig. Bei dir ist alles auffällig. Ich glaube, ab jetzt schiesse ich einfach immer auf ihn. Weil er schiesst auch auf ihn. Das ist doch gut, oder? Also wer für euch bin ich schon? Er hat jetzt schon geschossen. Sehr gefährlich. Einer was schiesst hier. Ich hab ne Schockgun. Ich weiss schon, wie das endet. Der war ja mega früh dran. Ich weiss schon, wie das endet. Ja, du bist jetzt. Du hättest keine Chance mit deiner Waffe. Hätte ich schon lange lebt mit einer Shotgun, wenn ich wollte. Ja, genau. Ja, das sagt jeder. Oder er will sich einschleichen. Ja, ja, das macht auch gerne. Einschleinen will er sich. Hey, ausstöß Vaseline mit. Oh. Niveau Drop. Hey, kann jetzt alle mal losen? Jeder mit ner Shotgun, hallo? Das Niveau ist am Punkt. Ja, genau. Und jetzt bin nicht mal ich schuld. Oh, oh, Melon Launcher. Wo? Nein, das war ein Incendary. Ja, das war ich. Ich wollte mal eure Situation erlösen. Ja. Dann bist du an. Nein. Woll. Lass mich. Ich bin nix. Bleib nur stehen, dann erlöse ich dich auch. Ja, ich hätte euch ja schon lange erschossen. Ah ja, sehr unaufällig. Sehr unaufällig. Genau. Erlöse sie mit etwas, das steht. Was? Nein. Hehehe. Ja. Auf den hat nur er verstanden. Oh, oh, oh. Jetzt ist er tot. Okay. Innocent. Okay. Na gut, das muss nichts heissen bei mir. Ja. Sehr zielsicher, muss ich schon sagen da oben. Wer auch immer das ist. Was? Wo? Wey. Ah, dort vorne geht was ab. Ja, auf dem Dach. Prayer hat mich gerade beschossen. Nee. Prayer ist... Nee, das ist alles was du in der Verteidigung zu sagen hast. Nee. 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 Nee, 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 nee. Ich habe nicht geschossen, also müsste es Dero sein. Wenn er sagt... Oh. Okay. Okay, war es demfalls das letzte. Ja. Nein! Der kann einfach nicht mit Man-Launcher umgehen. Okay, und der andere Man-Launcher, dem niemand umgehen kann, ist Taking the Bait. Ach, seid ihr Unfake. Ich wusste nicht, dass die Flugbahn noch so beschissen. Mit dem Melon-Launcher kann man einfach nicht aimen. Ja, also ich kann es. Nee, nee, das geht einfach nicht. Ah! Ah! Oh, nice. Das Aim war besser. Ja. Tja. Also vergiss doch die Traitor-Waffen, nimm einfach einen Sniper. Werds mir merken. Aber ich habe zwei Melons überlebt. Ja gut, meine ging total in die Hose. Ja, als Melon ist das dann... Ja, meine ist... Wo, wo? Innocent. Waiter. Innocent. Innocent. Also, alle auf'n... Oh, geil! Oh! Oh! Oh, oh! Ähm, wo ist ich da? Oh, okay. In die Mitte? Gleich wird's dunkel! Gleich wird's dunkel! Aber man hat eine Maschelang. Okay. Der Inception-Effekt wurde aktiviert. Ähm, wer war das? Hier, ähm... Oh. Fuck. Übrigens, mit F könnt ihr glaub die Taschenlampe aktivieren. Ja. Okay. Wer schiesst da? Wenn das was hilft. Ich höre Schüsse. Verdammt! Ich höre immer noch Schüsse. Es ist Tells gut. Definitiv. Ihr könnt mir vertrauen. Ihr könnt mir vertrauen. Ihr könnt mir vertrauen. Alles klar. Zwischendurch mal. Das sagen sie alle, ja. Das ist ne Leiche. Ich hab auspressen auf ne Leiche geschossen. Es schiesst auf ne Leiche. Es schiesst auf ne Leiche. Hilfe. Oh. Was soll das? Ich glaub ich hab vier die Runde, aber ich glaub ich hab alle getötet. Ich war auf Hellscot fokussiert und dann kamst du und dachte ich, du seist unschuldig. Ja ist herrlich, ja. Das war super. Das war genial. Ich war Traitor, aber ich hab nicht das Inception-Dings aktiviert. Das war nicht ich. Ja das war ich. Ja. Das war super. Alle dachten, du bist alle gegen den Fischl. Ja ja. Ich so. Okay hier. Du hast alle ausgeschaltet. Ich hab dann gesagt, okay ich bleib hier, lass sie auf mich fokussieren und lass dich da den Rest machen. Au. Hahaha. Geht schon wieder ab. Ah, ich bin so skillvoll. Ich hab nen Traitor. He. Gott. You are a very skillful guy, my friend. Okay, Teknobet war aus Versehen innocent. Er stand gerade neben einer Leiche. Dann musst ich einen zuschlagen. Hahaha. Ich glaub du sollst, dass deine Auswahl-Taktik etwas überdenken. Ja ne, wenn ich gerade in der Nähe von einer Leiche stand. Du Leiche. Dero is Dero is. Dero is Dero is safe call. Und Prey is auch. Das Leben nur noch ist ein Prey also. Prey, wo bist du? Also wenn sowieso nur noch zwei... Scholi! Hahaha. War nicht ganz richtig. Hahaha. Ich hab immer noch gelebt. Das war fast richtig. Hahaha. Was war das? Der Dead Ringer. Well played. Hahaha. Alles klar. Es leben nur noch Prey und Isco. Hahaha. Hahaha. Das hat ja gestungen. Hahaha. Ja, fast. So, das war wieder eine Runde. Ich war schon ewig tot. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020